Musik Als eine der grössten Genossenschaften betreibt Migroware hier in Schönbühl auch eine der grössten Betriebszentralen. Hier wird sehr viel Warr bewegt, es geht die Warr raus, es kommt die Warr auch wieder zurück, das sind sogenannte Retouren und das ist sehr viel, das sind bis zu 6'500 Palette an im Tag. Musik Musik Die Firma Gilwe Logistics hat die Anlage konzipiert, produziert und installiert und wir hatten einen sehr coolen Projektverlauf von A bis Z. Die Besonderheiten dieser Anlage sind Grösse sowie Anzahl und Vielfalt an Gebinden und Palettentypen transportiert werden. Nebst der Fördertechnik haben wir einige neue Elemente wie Gebindenstapler und Stapler, Ladungsidentifizierung mit Zwischensystemen und eine Palettenkippstation für Fraktionspaletten speziell für diese Anlage entwickelt. Die Steuerung vom Materialfluss erfolgt hier komplette Anlagensoftware. Dadurch haben wir auf übergeordnete Lagerverwaltungssysteme und Materialflussrechner verzichten können. Das ermöglicht eine durchgängige Bedienung auf einer zentralen Visualisierung. Musik und partnerschaftlich gewesen und wir sind sehr zufrieden und haben das auch immer sehr geschätzt.